Hallo und au revoir, heute sind wir in diesem wunderschönen Adventskalender beim nächsten Türchen und das kann nur noch besser werden. Bestimmt, ich verspreche es, gestern war nur ein Ausrutscher und vorgestern und vorvorgestern und vorvorvorgestern und naja ihr wisst schon. Heute werden wir ein Meme nachstellen, hurra! Ähm, wie heißt Freude auf Französisch? Yippie! Hurra, Croissant! Äh, viel Spaß! Hurra! Ich bin ein blauer Vogel, denn ich bin Twitter! Irgendwie eine ziemlich sexy Version von Twitter. Na? Okay. Wir machen heute ein Meme nach und werden Twitter mit einbringen. Ich hoffe, es wird genau so, wie ich es mir vorstelle. Aber jetzt mal wieder out of costume. Äh, wir müssen noch den Rest des Memes vorbereiten, denn einfach nur irgendwie ein Kostüm anziehen ist ja kein Meme. Ähm, deswegen... Pappe! 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 Mehr Pappe! Mehr Pappe! So, das müsste jetzt an der Linie entlang geschnitten werden. An welcher? Hier, du doof! Frage nur für den Freund! Ist der Freund ein bisschen doof? Yeah! Okay! Ich hab mich verschnitten! Junge! Ja? Sieht doch gut aus! Wenn ihr schon mal wisst, was es für ein Meme ist, dann könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben, was eure Vermutung ist. Und außerdem könnt ihr ein Like dalassen und einmal die Glocke glucken und einmal den Subscribe-Button subscriben. Und außerdem könnt ihr noch einen Kommentar lassen und ihr könnt auch auf alle meine anderen Social-Media-Kanäle gehen und überall einen Subscribe dalassen. Schreibt einen Kommentar, reicht auch, wenn ihr schreibt für den Algorithmus. Pfff! Vollkommen egal! Nein! Da muss stehen, wie toll ihr mich findet! Hör mal, du bist kein Sechsjähriger, du schaffst das schon! Ja, das ist aber vorne im Bild. Das muss schon ein bisschen schön sein. Reicht das so an schön? Ich denke schon, ja. Pfff! Ich will das mal jetzt nicht so sagen. Ich find's aber schön, dass wir jetzt noch ein bisschen basteln zusammen. So kurz vor Weihnachten. Hey! Jetzt nimm das weg! Yay! Da hinten ist übrigens kein Platz mehr. Toll! Yay! Yay! Kriegst aber auch den Boden, ne? Die Katzen machen das schon. Mhm. Okay, alles ist weggeräumt und das bedeutet, wir können jetzt anfangen mit dem Fotoshooting. Ich bin ein wunderschöner Vogel! Piep, piep! Piep, piep! Wir machen nämlich heute This is fine, also das Meme, aber mit dem Twittervogel. Ich weiß, das sieht nicht aus wie der Twittervogel, aber das ist das einzige blaue Kostüm, das ich finden konnte. Das einzige blaue Vogelkostüm. Und Pausen, Pausen. Atmen, Schätzchen, atmen. Junge, ich hau hier gleich aufs Machen. Ja, schon besser, mach das genauso, nur ich guck halt nicht mehr so dumm. Oh, kannst du das? Halt die! Piep, 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 piep. Polyvailen Keks, Det ... Das sieht wirklich einfach nur dumm aus. Gut, passt. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich bin... Ich bin...